Hallo liebe Kickers-Fans, am Samstag bestreiten wir unser erstes Heimspiel in diesem Jahr. Wir sind alle sehr heiß drauf, den ersten Dreier einzufahren. Wir haben eine gute Nachricht für euch, denn die Gegentribüne wird wieder eröffnet sein. Und wir werden alles daran setzen, dass wir nach dem Spiel mit euch zusammen vor dem B-Block feiern können.